Hallo, hier ist die Iris Heinen von WHSelfenwest. Ab dem 28.11. werde ich gemeinsam mit Thea Moratovic, Mitbegründerin von SeasonX, eine kleine Webinarreihe starten, die Seasonal Snacks. In nur fünf Minuten, fünf Minuten werden wir zeigen, wie man aktuellen saisonalen Trends auf die Spur gehen kann, analysieren und auch handeln könnte. Unser Menü, unsere kleine Kostproben bestehen aus Aktien, Indizes, Rohstoffe, also für jeden was dabei. Nur fünf Minuten ihrer Zeit und wir hoffen, wir können Sie ein bisschen auf den Geschmack bringen von Saisonalitäten. Kommen Sie dazu, alle Termine der Serie finden Sie unten in der Beschreibung, auch den Anmelde-Link. Wir freuen uns auf Sie. Bis dahin, tschüss. Bedrohung. Bedrohung. Untertitelung des ZDF, 2020